So. Da hat er seine Vergiftung auflösen können. Nein! Nein! Och Mann! Willkommen zurück, ihr kleinen Lobis, bei ich... Wummsklammwurs! Mit dem guten M, geben wir es mit. Guten Tag! So, welchen Modus habe ich denn heute eingestellt? Weißt du das noch? Nö. Scheiße. Halt, dass es über Full Warmatch war es. Full Warmatch? Ah, totale Zerstörung war es. Alter, guck dir jetzt mal die Items an. Ich seh's ja nicht. Ach so. Doch, kannst du schon. Also eben... Oh, Fallschaden, wirklich. Alter. Er war doch lausig. Du hast Fallschaden bekommen? Ja, weil ich zu weit gesprungen bin. Also ich muss sagen... Warte mal. Wie funktioniert denn das Item jetzt? Was hast du da? Hast du den Dragon Ball? Ich bin der Dragon Ball! Kamehameha! Kamehameha! Was das Schlimme ist... Was das Schlimme ist... Ich habe keinen Baseball Schläger. So. Aber ich weiß wieder, wie das Ding geheißen hat. Volle Zerstörung. Und ich glaube... Nein, 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 nein! Oh, verdammt! Ja, perfekt eingelocht! So muss es sein. Perfekt eingelocht. Kamehameha! Ja, natürlich! Ah! Geld! Welcher von deinen Würmern wird jetzt diese Kiste kriegen? Alter, du stehst ja auf einem Haufen! Ist wirklich so. So. Jetzt machen wir es mal anders. Ich habe so wenig Items davon, finde ich. Ob der Haufen Beschissen ist, das stellt sich noch raus, ne? Ui, wo fliegt er denn hin? Ah! Okay. Was hat er jetzt vor? Mine. Du hast noch 10 Sekunden! Ui! Lauf! Ja! Bitte! Das war gekonnt. Der war ja. Der war bösartig. Du hast den Krieg angefangen. Natürlich, ich werde ihn auch beenden. Nee. Willst du da runterspringen? Willst du das wirklich tun? Ich weiß noch nicht. Ja, wirklich. Unten ist eine Kiste. Ach, du. So. Ganz easy. Schön gemütlich hier runter. Das ist pure Magik, by the way. Was war's Schönes? Ich sage es nicht. Ey! Oh, 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 oh! Nope. Was willst du denn jetzt bei den schönen, süßen Kleinen tun? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Doch, ist es. Beweg mal einen davon. Hahaha. Das war eine intelligente Lösung. Intelligente Lösung? Hm. Vorsprung durch Technologie, sage ich nur. Vorsprung durch Technologie. Du musst mir nicht mit dem kleinen Wurm in den Insel kriechen. Bin ich auch gar nicht. Ja, Kel. Hallo. 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 Auch hier. So, was machst du denn Schönes? Oh. Das wär blöd. Das wär blöd. Das, ähm. Wär blöd, ja. Vielleicht in die andere Richtung, aber ich will ja nix sagen. Was ist denn? Vier, drei, zwei, eins. Och Mann. Ich kann doch gar nicht da was für auswählen in der Zeit. Haha, wenn du so lange wählst, bist du selber schuld. Einfach verzweiflungstatmäßig irgendwas nehmen und aufhauen. Die Eifels sind viel zu wenig. Ist halt ne andere Auswahl. Die heißt halt volle Zerstörung. Hoch, wieso geht die hoch? Die hat nicht mal gepiepst und geht hoch. Ich hab sie nicht mal berührt. So, bewegen sie diesen Wurm, um zu sterben. Nein. Ich wollte eigentlich versuchen, da wegzuspringen. Jetzt rollt das Scheißding da runter. Durchs Schießen. Voll behindert. Weißt du, was ich Schönes in der Kiste hatte? Ich zeig's dir mal. Baseballschläger. Genau. Bringt aber nicht. Wieso? Wieso soll es nichts bringen? Wegen dem Wind, hab ich jetzt gedacht, aber okay. Also, wie? Komm, Wind. Alter, da oben wird ja mit Kisten zugeschissen. Da kannst du dir alles holen. Bewege ihn. Wenn du auf der Ebene bleibst, kannst du nicht mal getroffen werden. Weil das Ding hier runtergerollt ist. Ah, gut. Ah, Mensch. Da war er zu schnell. Ah. So, ich wüsste, was ich machen würde. Na, ich auch. Oh mein Gott. Eine Pahane. Äh, Bonorni. Ah, super. Yay. Ist perfekt. Na, super. Perfekt. Du hast mir ganze fünf abgezogen. Respekt. Oh. Hat sich rentiert, ne? Hoch. Pflicht nicht zu hoch. So, was haben wir denn noch Feines? Kannst neilige hinlegen. Boah, hab ich vor. Boah, Fallschaden. Yay, drei. Boah. Alter. Wie weit er fliegt, das tut. Alter, ist der weit geflogen. Der ist, glaube ich, tot. Oh, nicht ganz. Nicht ganz. Neun Lebenspunkte hat er noch. Oh, mein Geschütz steht wieder besser. So denn das? Wieder hochgerollt. Nein. Oh, ich habe gerade, das dreht sich nicht rum. Das dreht sich rum. Ah. Wenn es piepst und anfängt, dann reagiert es auf dich. Ja, deswegen habe ich ja Nein geschrieben. Ach, also so. Man passiert es aber meistens trotzdem. Oh, ist der fett. Super. Meinen Scheiß. Ja. Scheiß. Aha. Da, das würde jetzt ein Meisterwurf. Weil mir stehen so viel, so viel auf den Haufen. Das würde jetzt ein Meisterwurf. Mach nur. Oh, ja. Der war meisterhaft, der Wurf. Oh, nee. Habe ich jetzt mir mehr Schaden gemacht als dir, oder? Fast. Naja. Naja. Ui, du hast einen 906er Wurm. Weil die Zahlen so blüht ineinander gestanden sind, dass es so ausgesehen hat. Ist ja nett, ein 960er Wurm. Wie soll ich den kleinen kriegen? Was ich bisher nie ausprobiert habe. Die Oma. Wenn du Leertaste drückst, pupst die. Gewechst. Läuft bald bei dir, ne? Na, ich merke es schon. Mein fetter Wurm ist grün. Sieht dir aus, ein bisschen aus wie der Hulk, der Kleine. Ui, und dann kommt noch so ein guter Wurm auch noch dran. Na, was habe ich denn noch Feines? Nicht auf Arnold, bitte. Okay. Nicht auf Arnold. Ey, Arnold. Kennst du die Kinderserie noch? Ja. Immer gut. So, komm. Huch. Ahahaha. Hör ab. Nein. Dreh halt mal um. Ich habe so ein Schwein gehabt. Danke, dass du einen Tunnel gräbst. Finde ich sehr sozial. Ja, ich wusste gar nicht, dass das Ding im Tunnel Grab gerät ist. Ähm. Was ist das jetzt für ein Wurm? Kleiner? Ja. Sieht so aus. Und der Fallschirm funktioniert mit jedem Wurm. Auch mit den Fetten. Er trudelt bis runter. Vorher beschwert er sich, dass alle auf einem Haufen stehen. Und dann bringt er mit Absicht noch einen darunter. Nein. Nein. Ich würde gehen. Er ist tot. Ja. Er ist tot. Und er ist definitiv. Boah. Nein. Dein Blau ist tot. Ja. Der maßlich tot. Naja. Ja, der hat die Geschichte wohl nicht überlebt. Ui. Ich will den Esel wieder haben. Aber schön. Ja, aber ziemlich langweilig, um ehrlich zu sein. Aber die hat die Map so schön zerstört. Was tut du da? Nein. Nicht die Kühe. Doch. Natürlich. Wieso nicht? Oh, er hat ja eh nur 51 abgezogen. Also wein nicht rum. Hätte schlimmer sein können. Ähm. Ähm. Was hast du da denn auf dem Arm? Maulwurf. Ist ja schön. Was macht der Maulwurf? Der gräbt sich mit Leertaste dann irgendwo durch und kaum ist er an der Luft, explodiert er. Also total sinnlos, dieses Item. Ach so, der Blitzschlag macht ja nur... Ja, der macht mir ein paar Lebenspunkte weg. Oder du kannst einen wiederbeleben. Ja. Hätte ich ja theoretisch tun können, da unten. Aber... Da hast du mal wieder nicht dran gedacht. Nee. Nee? Ja, bist du selber schuld, ne? Der Wurm wurde mir gerade als grün angezeigt. Den du da gerade hast. Als was? Als grün. Ach so. Der war glaube ich vorhin bei mir auch noch grün. Hm. Interessant werden. Tu das nicht. Sag ich auch. Tu das nicht. Ja. Mann, und da wünsche ich wirklich gar keinen? Nein. Mann, die geile Druckwelle umsonst. Boah, shit. Weißt du, wieso, dass der nicht mehr grün war, der Wurm? Weil er Medipack eingesammelt hat. Ach so. Da hat er seine Verkiftung auflösen können. Nein. Nein. Och, Mann. Ich bin ja nicht schadenfroh, aber irgendwie ja doch. Ach, Mensch, ey. So, komm. Boah, rüber geschafft. Ich faste es nicht. Ich faste es einfach nicht. Was verstehst du denn nicht? Wäre doch nicht so schlimm, das Spiel hier. Ich lass mir den Luftangriff. Ma-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. A-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Au, 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 au. Ich komm zurück. Nein. Yes. Das wolltest du gar nicht. Doch. Das wolltest du gar nicht. Doch. Gib es zu, das wolltest du nicht. Das wollte ich. Und wie wollte ich das? Ich töte doch gern deine Würmer. Und übrigens habe ich gerade eine Errungenschaft freigeschalten. Ich glaube, ich habe schon zu viele Würmer getötet. Och, nö, nicht die Kühe. Au! Ja, au, nein! Hm, ja, nett. Hat mir ein bisschen was abgezogen. So ein bisschen was. So viele Würmchen habe ich ja nicht mehr. Die was anrichten könnten. Eigentlich kann jeder Wurm was anrichten. Nein. Tu das. Auf gar keinen Fall. Nein, 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 nein. Ein perfekter Treffer. Ich glaube... Das war, glaube ich, ein guter Schuss. Ja, du bist dran. Oh mein Gott. Wo steht denn die eine Kiste, bitte? Siehst du die Medi-Kiste? Rechts. Kannst du mir sagen, wo drauf die steht? Äh. Nein. Die schwebt in der Luft, das ist ganz klar. Mhm. Was soll Kisten nun mal so machen? Oder da ist eine unsichtbare Wand, die da gleich trifft. Ich habe genau das Medi-Kid getroffen. Keine Wand. Mensch. Na, ups. Ich meine, um zu... Ups. Na, aber sofort spawnet ein neues Medi-Pack. Oh, 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 oh. Da wird aber schnell. Das waren nur 25, ne? Nee. Wie kann ich das wegdrehen? Äh, mit, äh, Tab. 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 Lol. Wieso zieht das denn so wenig ab? Ja, weil er keine direkt getroffen hat, sondern eine links und eine rechts genau niedergegangen ist. Das gibt es doch gar nicht. Das war dann nicht wirklich viel Hit. Na? Oh, scheiße. Nein. So. Perfekt gelandet. Oder willst du was anderes behaupten? Nee, ich habe nichts gesagt. Ich habe... Ja, 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 ja. 50 Sekunden hast du? Was wirst du tun? Ich habe es schon getan. Nein. Lol. 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 Und ich... Nicht dein Ernst. Und jetzt bin ich mit ihm dran, ne? Es war doch so... Hüpf einfach mal dagegen. Einfach dagegen hüpfen. Hüpf doch einfach nur. Dann machst du die ganze Scharte frei. Was war denn das jetzt? Hä? Mit dem Wurm getaucht. Nicht dein Ernst. Ich habe gar nicht, ich kann da noch was machen danach, aber nein. Wollen wir nicht. Ich zieh... Ich zieh mal lieber den Fallschirm an. Oh, der kommt sogar hoch. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das schafft. Das war aber eine harte Kante. Muss ich... Du willst jetzt bei mir reinkommen, oder? Kann das sein? Magst du das? Magst du das? Mein Kleiner. Und dann stinkt mich der Fisch auch noch voll. Meiner wird ganz krank. Fluffy ist irgendwie eingek... Oh nein. Oh. Oh. Nicht dein Ernst. Ein Lebenspunkt noch. Ja, ähm. Das passt sicher, würde ich sagen. Oh, ich habe sogar fünf dazu bekommen. Ähm. Ja, die verlierst du aber wieder. Ne, verlierst du nicht mehr. Weil du... Die Vergiftung geht ja nur bis eins runter. Und dann hört die auf. Hüpf halt. Anständig. Komm. Du schaffst es. Wie eine Geburt. Guck mal, wie ich das mache. Wie ein gekonntter Typ hier. Mit meinem dicken, fetten Kopf. Deswegen habe ich ja vorher gesagt, hüpf einfach nur mal gegen den Fisch. Nein. 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 Spring doch da hoch. Nein. So, dir geht die Zeit schon langsam aus. Schnell irgendwas. Ha. Wow. Das war... Nein. Jetzt hat er wieder nur noch zwei Lebenspunkte. Schön. Na. Hä, wieso hast du so viel Leben mit dem Typen? Keine Ahnung. Vielleicht wurde er noch nicht angekratzt. Oh. Aber ich habe den Zweierboden getötet. Nein, du hast ihn gekriegt. Du hättest deinen fast getötet. Ja, aber Fluffy hat es überlebt. Der ist hart im Nehmen, der Junge. Was ist denn? Fluffy ist wie so ein Hundefieh. Oh ja. Ui, was macht er denn schönes? Na, Boggie B. Was? Ne. Bunkerbombe. Autsch. 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 Das kann ich auch, ne? Oh, genau in die verkehrte Seite, Felder. Mensch. Es gibt es ja nicht. Oh, der Kleine ist aber ganz schön hart im Nehmen, muss man sagen. Ja, bei dem Dickschädel ist klar, ne? Da wärst du auch hart im Nehmen. Was soll denn das heißen? Dass ich einen Dickschädel habe? Natürlich. So wie du deinen Kopf immer durchsetzen willst, ist klar. So. Ja. Ich finde, du und dein Bro. Du könntest Buggy angreifen, Fluffy, YOLO. Du hättest vier Würmer zur Auswahl. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Wird das jetzt die nächste? Oh, ne Napalmbombe. Bei dem Wind. Pass auf, guck. Guck die Flamme an. Du hast Items zerstört. So. Wow, zwei Flammenherde stehen noch. War ne Top-Auslöse, ne? Ja. Du wusstest ja nicht, was das macht. Den Fetten. Ich hab den Fetten hier hinten auch noch. Ja, du hast noch so viele. Joa. Die ich langsam mal ausradieren sollte. Boah, so langsam. Du kommst gar nicht voran, das Schaffen. Boah, perfekt. Schaffst du nicht. Und jetzt kommt er da nicht hoch, die Fett ist auch. Du kommst da nie wieder weg. Nie wieder. Triffst nicht. Ist mir wurscht, weil mit dem Wurf jetzt... Ne. Ist alles vorbei. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts, du. Das wird nichts. Ich sage dir. Das wird nichts. Na super. Du triffst diese eine Scheißstelle. Du triffst diese eine Scheißstelle. Ge-Konnt nenne ich sowas. Ge-Konnt. Nein, mein Süßer. Nein. Ciao, Lubius. Ach, da lebt ja noch einer von dir. Na klar. Was heißt hier na klar? So na klar war das nicht. Im Übrigen. Du Feigling. Er fliegt hier einfach mal weg. So. Was machst du jetzt mit Absturz? Ach, ein Schäfchen. Ein Schäfchen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Na super. Aua. Karimms. Ich wollte schon gerade sagen. Das war ein kleiner Wurm. Der macht nicht so viel Wumms. Das ist ja schade. Den da oben habe ich ja total vergessen. Ich glaube für den habe ich noch was. Zumindest hat eine Kuh getroffen. Ah, das ist schon mal. Ja, die halbe Miete. Mehr als mit zwei hätte ich ihn getreffen können. Der ist ja eh gleich tot. Jetzt springst du hier das Loch runter, dann bist du sofort. Jo. Würf du hingehen. War das jetzt Absicht? Ja. Wirklich? Du hast gesagt, ich soll ja, also wenn ich da runter springe, bin ich tot. Aber ich musste dir beweisen, dass es nicht so ist. Ja, genau. Immer diese feigen Ausreden. Ach, bleib beim Mörser. Mir doch YOLO. Du triffst mich. Jetzt wirst du mich treffen. Oder auch... Hä? Nein. Nein. Ach, habe ich mir schön langsam ein Loch freigepudelt. Nee. Hat ich schon gucken. Jetzt. Wie lang wird der aber auf der kleinen Insel nicht überleben. Ich hätte dich ja auch mit der Lenkrakete ausschalten können. Hm. Das Rinde ist, glaube ich, Blödsinn. Ach ja, noch eine Bunkerbombe. Verdammt, ich hätte... Die botze ich jetzt an der Seite, danke. Hä? Was macht sie? Ich hätte gedacht, die botze ich jetzt nochmal durch das Loch da durch, was ich da hatte. Ach so. Aber... Ach ja, der kommt ja nicht raus. Sag halt, ist gleich. So. Mit dem kommt jetzt der Clusterwurf des Jahrtausends. Oh. Ach, keine einzige. Wirklich. Ach komm, ey. Maxwell wird sie alle doch töten, wenn es so weitergeht. Oh. Da war eine Kante. Nicht dein Ernst. Ach so, wie die geflogen ist. Oh nein. Bitte nicht. Och Mann. Ja. Nicht beschweren. Ja. Lebt wohl, Leute. Lebt wohl. So. Die ganze Insel habe ich zerstört. Gewohnen. Zweimal hintereinander. Yay. Gut. Damit sind wir fertig für heute. Genau, Leute. In der Videobeschreibung. Lobios ist in meiner verlinkt. Ich in seiner. Genau. Und ja. Ich sag dann, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. 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 Vielen Dank.